Hallo liebe Krebse, willkommen bei Chanua Tarot. Ich habe hier Karten auf dem Tisch für den Zeitraum Mai 2024 und ich möchte mir gerne mit euch gemeinsam anschauen, was so in diesem Zeitraum bei euch los ist, was auf euch zukommen könnte. Ich habe hier schon ein paar Karten vorgelegt. Oben ist Tarot, es folgen dann noch weitere Tarot-Reihen. Das ist erstmal so, um den roten Faden zu finden. Diese Seite ist für dich lieber Krebs und hierfür das Gegenüber. Das Gegenüber kann hier eine einzelne Person darstellen bis hin zu einer Personengruppe. Auch die Rollen können vertauscht sein und bedenkt bitte immer, bei mir ist es eine allgemeine Legung, kann und wird hier nicht auf jeden Einzelnen zutreffen. Ja, ich beginne sehr gerne mit den Orakelkarten. Ich habe zwei Stück für dich gezogen. Die sehen sich hier sehr ähnlich, allein schon von den Farben, ja, vom Hintergrund und auch vom Thema her. Wir haben hier einmal das Murmeltier. Zeit, um loszulassen und die Schlummerstunde. Ja, das Murmeltier schläft ja auch ganz gerne und lange, ne? Das Murmeltier. Ja, ich habe den Eindruck, lieber Krebs, dass du irgendwo dich lange Zeit zurückgezogen hast. Du hast da geschlummert, du hast es dir irgendwo gemütlich gemacht, du hast dir da so ein Nest gemacht, ja, ganz kuschelig. Und jetzt ist aber an der Zeit, diesen Ort zu verlassen, ja, weil hier stehen neue Aufgaben für dich an. Und ja, so schön diese Schlummerstunde auch war, ist es Zeit, jetzt aufzuwachen und, ja, neue Aufgaben anzutreten. Das kommt hier auf dich zu. Schauen wir mal. Die Legung startet hier mit 8 der Schwerter. Mit 8 der Schwerter ist man bewegungsunfähig, ja. Also man glaubt das, man glaubt das, ja, weil hier stecken ja diese Schwerter und hier haben wir diese Figur. Keine Ahnung, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Hat hier Schnüre um den Bauch, eine Augenbinde, kann entsprechend nichts sehen. Du siehst auch nicht vorwärts. In einer bestimmten Angelegenheit hast du dir hier irgendwelche Gedanken zusammengeschustert. Möglich auch, dass diese Gedanken, vornehmlich negative Gedanken, eine Art von Konditionierung entspringen. Dass jemand vielleicht öfters dir negative Kritik rübergeschossen hat, ja, und du dachtest, das hat was mit dir zu tun. Jemand hat da vielleicht irgendwie seine schlechte Laune an dir ausgelassen, war aufbrausend, wütend, ja, sehr kritisierend und hat das auf dich rüber projiziert, hat dich gewertet, bewertet und irgendwie ist das so mit dir zusammengeflossen. Und du denkst, das gehört zu dir, das bist du und deswegen siehst du nicht vorwärts. Ja, ich sehe hier auch, dass du Angst hast, irgendwas loszulassen, etwas zu verpassen, wenn du einen Schritt weiter gehst oder mehrere Schritte. Du wirst hier weitere Schritte vorwärts gehen, du wirst hier aus dieser Stagnation rausgehen, lieber Krebs. Hier kommt ganz schön viel Bewegung rein, hier sind Stäbe, Action, ja, hier passiert Action. Auf einmal geht das sehr schnell, sehr rasant und bringt hier auch bei die Unruhe rein. Fünfter Stäbe, ja, Ritter der Stäbe, das ist so, alle sind aufgebracht, Action, was passiert hier? Ja, könnte dich so ein bisschen überfordern, habe ich den Eindruck. Es ist wichtig, dass du hier in der Ruhe bleibst und, ja, Schritt für Schritt vorgehst. Lass dich von dieser ganzen Feuerenergie nicht unruhig machen. Ich sehe dich ja auch in einer bestimmten Angelegenheit, da willst du raus, hier sind mehrere Menschen involviert, hier haben wir eine Gruppe und es ist so, als würdest du hier aufspringen, auf deinem Pferd steigen und davon reiten. Es ist dir irgendwie zu viel, irgendwas wird dir hier zu viel, na, es ist ja aber wichtig, dass du trotzdem in Aktion gehst, dass du in Bewegung bleibst, in Bewegung kommst, weil sonst wird dir die Butter vom Brot genommen, sagen wir es mal so, ja. Du musst hier auch irgendwo für dich einstehen, dich hier durchsetzen und es ist wichtig, dass du das wirklich auch mit Bedacht machst, ja. Hier auf der anderen Seite, interessanterweise haben wir den Eremiten, die Hohepriesterin und den Hohepriester. Also das sind ja im Tarot die höchsten Geistlichen überhaupt, ja, da ist ganz viel Wissen, ja, hier ist jemand Lehrer, hier ist jemand auch sehr stark mit der Spiritualität verbunden, ja, hat Antennen nach oben, ja, hier ist jemand unglaublich wissend, hier weiß jemand unglaublich viel. Und vielleicht ist es ja ganz ratsam, dass du dir von diesen Leuten oder von diesen Menschen, ich weiß ja nicht, ob das hier mehrere sind, ich denke schon, dir ruhig auch was sagen lässt, jetzt im Mai. Es geht jetzt erstmal nur um den Mai. Schau mal, hier der Eremit, der schaut hier auf diese zehn Schwerter. Jemand möchte, dass du hier rausgehst, dass du damit aufhörst, ja. Jemand möchte, dass du die Augen öffnest, dass du erkennst, ja, damit sich hier für alle Beteiligten die Situation verbessern kann. Ja, hier ist eine hohe Priesterin, jemand macht sich so ein bisschen Sorgen um dich, ja, jemand fühlt sich auch manchmal durch dein Verhalten im Stich gelassen. Ich weiß, ihr Krebse seid sehr mütterlich, sehr fürsorglich, ja, immer hilfsbereit. Aber ich sehe hier, dass du mit diesen fünf Stäben in irgendeine Unruhe reinkommst, wo vielleicht eine andere Person sich davon, also irgendeine Person hier, die hohe Priesterin, jemand mag das nicht. Jemand zieht sich hier zurück von dir, habe ich den Eindruck, ja. Ja, fühlt sich hier von dir auch im Stich gelassen, aufgrund dessen, wie du dich hier verhältst. Hier mit dem hohen Priester und mit dem Ritter der Münzen möchte jemand mit dir langfristig etwas aufbauen, möchte jemand, dass ihr gemeinsam hochgesteckte Ziele ansteuert, bewältigt und erreicht, ja. Jemand will hier wirklich hart mit dir zusammenarbeiten an einem langfristigen Projekt, an einer langfristigen Zukunft. Und dafür ist es auch wichtig, dass du dich hier stabilisierst. Du kommst zwar in Schwung, du kommst ja aus dieser schwerte Energie raus, du gehst direkt in die Stabenergie, machst hier Action, aber es fehlen hier noch die Münzen. Hier fehlt noch die Ruhe, die Beständigkeit, auch das Organisatorische, die Ordnung fehlt hier irgendwie. Schauen wir jetzt gleich mal, ich kläre das hier mit einem weiteren Deck und dann schauen wir mal, ob da ein paar Münzen kommen. Drei der Stäbe, zehn der Kelche, der Magier, der Mond, der Mond. Vier der Schwerter, der Gehengte, Vier der Schwerter, der Gehengte, Prinzessin der Münzen, Zehn der Stäbe, Zehn der Stäbe. Ja, diese ersten vier Karten hier, drei der Stäbe und zehn der Kelche. Es fehlt hier irgendwann Optimismus, weil diese drei der Stäbe sind unter diesen acht Schwertern gekommen. Ja, also es ist eigentlich ganz einfach, ja, du könntest hier ganz locker entspannt und glücklich sein, aber du machst es dir selber irgendwo schwer, habe ich den Eindruck, ja. Du machst es dir schwer und ich sehe hier auch bei einigen sowas wie ein Revoluzzerverhalten, ja, wie ein Rebellieren. Du rebellierst hier gegen etwas, gegen jemanden und das machst du aus einer Unsicherheit heraus. Das ist hier nicht förderlich, lieber Krebs. Auch hier mit dem Magier und mit der Mondkarte, ja. Ich sehe hier unglaublich viel Potenzial bei dir. Allerdings neigst du hier, ich muss es so sagen, zu Manipulation. Du solltest hier eigentlich mit den Münzen arbeiten, ja. Münze für Münze, strukturiert etwas aufbauen. Nun, du probierst das hier andersherum. Du probierst drumherum zu kommen, habe ich den Eindruck. Also du, ja, du hast hier Ängste, ja. Schau mal, der Ritter der Stäbe mit der Mondkarte. Du hast hier Verlustängste oder du hast Angst, irgendwo zu scheitern. Du präsentierst dich hier auch mutiger, wie du bist. Du bist nicht so ganz authentisch, ja. Ja, das alles versuchst du zu übertünschen und dann hier mit dem Magier durch gewisse Strategiespiele. Auch hier mit 5 der Stäbe mit dem Magier. Das ist für mich auch so ein bisschen, ja, Unfrieden anstiften. Immer wieder Öl ins Feuer gießen, um hier von eigenen Schwächen abzulenken, was du gar nicht nötig hast. Es wäre halt wirklich nur wichtig, dass du, ja, dass du hier anfängst, diese Münzen aufzubauen. Wo sind denn hier bei dir die Münzen? Also die Stäbe sind ja Action, ja. Die Kälte sind ja Gefühle. Hier ist sehr viel da, sehr viel Support, Unterstützung hier auf deiner Seite. Du hast hier Leute um dich herum, die dich unterstützen. Zumindest ist das hier deine Familie. Ja, aber es braucht auch Münzen. Das heißt, du musst auch Arbeit irgendwo reinstecken. Du brauchst auch Ruhe und Geduld. Und irgendwie fehlt mir das hier. Ja, vielleicht hast du auch gerade keine Lust. Also, ich sehe dich hier schlafend. Du schläfst in der Hoffnung, wenn du aufwachst, ist alles ganz anders. Aber so läuft das doch nicht. Das wissen wir doch. Ja, hier auf der anderen Seite. Diese ersten sechs Karten sehe ich hier stark zusammenhängend, ja. Jemand zieht sich hier zurück. Ich sehe hier sehr starken Rückzug, ja. Der Eremit, vier der Schwerter, der Gehängte und die Hohe Priesterin. Vielleicht auch mehrere Menschen, die sich hier zurückziehen, ja. Irgendwelche Menschen wollen hier irgendwas nicht mehr haben. Zehn der Schwerter. Ich habe genug vom Stress. Ich habe genug vom Streiten. Ich habe genug vom Diskutieren. Ich kann nicht mehr, ja. Hier ist ein gewisser Wunsch, eine neue Stabilität aufzubauen. Von vorne anzufangen, hier mit der Prinzessin der Münzen. Allerdings sagt dieser Mensch, ich kann nicht. Solange Krebs hier etwas nicht losgelassen hat, vielleicht eine Art von Verhalten, komme ich hier mit dem Krebs nicht weiter, ja. Tritt dir gegenüber aber auch nicht fordernd auf. Dieser Mensch, wenn es Streitigkeiten, Diskussionen gibt, weicht er aus, zieht sich zurück, geht in sein Zimmer, schließt die Tür ab, will nicht sprechen. Ich sehe diese Menschen auch mit dem Eremiten, mit der Hohen Priesterin, ja, sehr einsam im Herzen momentan, fühlt sich hier nicht verstanden. Ja. Und hier, diese letzten Karten, hier haben wir zehn der Stäbe, umgekehrt. Jemand sagt hier auch, es ist irgendwie anstrengend. Also das Hauptproblem sehe ich hier auch in diesen fünf der Stäben. Hier ist irgend so ein störrisches Verhalten auf deiner Seite, wo du immer wieder quer schlägst, ja. Immer wieder Unordnung, Chaos, ich weiß nicht, was das hier ist bei dir, lieber Krebs. Vielleicht auch Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, du bist hier relativ aufgekratzt mit diesen ganzen Stäben und hier sagt jemand, nee, solange der Krebs sich da nicht beruhigt hat, können wir nicht fortfahren, ja. Ist das hier sehr schleppend. Dann schauen wir doch mal mit einem weiteren Deck, ob sich das in Zukunft verändert, okay. Schauen wir mal. Der Hohepriester. Der Mond. Die Herrscherin. Ass der Schwerter. Drei der Schwerter. Der Magier. Fast umgekehrt gekommen. Die Königin der Stäbe. König der Münzen. Ja, wow, liebe Krebse, wow. Ja, du sagst, was für Münzen, ich brauche doch gar keine Münzen. Ich habe doch alles in mir drin. Ich kann das abrufen. Offen Knopfdruck. Ich habe alles in mir drin. Hier ist der Hohepriester und hier ist die Herrscherin. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe es vorher nur nicht gezeigt. Du überwindest hier mit dem Mond und mit dem Ass der Schwerter überwindest du deine Ängste. Das ist fantastisch. Für viele Krebse spielt hier der Glauben auch eine sehr gute, ja, unterstützende und auch große Rolle. Wenn du an etwas glaubst, also egal, ob du jetzt Christ, Moslem oder jüdisch bist, vielleicht glaubst du auch nur an die Zahnfee, ja. Vielleicht hast du Angst hier vor dem Zahnarzt, dir einen Zahn ziehen zu lassen und du glaubst aber an die Zahnfee, dann wird dir das hier unglaublich helfen. Ja, die Zahnfee wird mich belohnen, wenn ich mir den Zahn ziehen lasse. Also du rufst hier eine unglaubliche Kraft aus dir hervor, also hier werden Ressourcen freigesetzt, das ist unfassbar. Du wirst hier mit Leichtigkeit deine Ängste überwinden und du wirst fortan mit der Herrscherin und mit dem Ass der Schwerter dermaßen Ansagen machen. Also du hast hier eine Reife, die du nach außen zeigst, da werden die anderen schlucken, sage ich dir, so wie das ist. Weil hier sind nämlich drei der Schwerter und der Magier ist umgekehrt gekommen, unter dem Gehengten. Deine neue Präsenz, deine neue Stärke wird hier einem Menschen wehtun. Warum wird es diesen Menschen wehtun? Weil zwischen der Herrscherin und dem hohen Priester ist ja der Herrscher. Eine Karte, die Eins ist der Herrscher. Jemand verliert hier irgendwo auch viel Einfluss über dich durch deine neue Stärke. Einerseits ist das sehr schön für dich. Auch dieser Mensch hat sich das für dich gewünscht, für euch beide. Und trotzdem hat es einen bitteren Beigeschmack, weil du jetzt ganz anders auftrittst. Du sagst jetzt, ich entscheide für mich, ich weiß, wo es lang geht, du musst mir hier nichts erzählen. Und das verletzt hier irgendjemanden. Jemand merkt, okay, ich habe da auf den Krebs nicht mehr diesen Einfluss wie früher. Ich muss hier ein Stück weit loslassen und akzeptieren, dass der Krebs jetzt hier seinen Weg alleine machen möchte. Ich weiß ja nicht, worum es geht. Aber es wird diesen Menschen hier auch gut tun und diesen Menschen auch in eine Veränderung, in eine positive Veränderung bringen. Es verändert sich ja grundsätzlich sehr viel zwischen euch. Hier ist ein Wandel, der hier ansteht. Und hier mit der Königin der Stäbe und mit dem König der Münzen sehe ich definitiv auch Menschen um dich herum, die dir sehr viel Support geben. Ja, nochmals, hier ist sehr viel Stabilität, hier ist sehr viel Energie, hier ist sehr viel Kraft. Und gerade weil unter den umgedrehten zehn Stäben hier der König der Münzen erscheint, gehe ich einfach davon aus, dass auch hier diese Partei, die an dieser langen Entwicklung mit dir interessiert ist, auch sehr viel stabiler, sicherer in Bezug auf dich wird, wenn du hier in deine Herrscherin-Kraft kommst, wenn du das endlich mal erkennst. Ja, wir sehen hier auch, dass dieses Schwert eine Krone trägt, die Herrscherin trägt auch eine Krone. Deine Selbstsicherheit, deine Klarheit, deine Selbstständigkeit, dein Mut bringen dir hier die Krone, die Krönung. Lieber Krebs. Ja, wunderbar. Was soll ich sagen? Ich finde das toll, die Entwicklung finde ich toll. Also hier, wie gesagt, brauchst du so deine Zeit, bis du in die Puschen kommst, aber ja, hier sieht das fantastisch aus. Nur Mut, lieber Krebs. In diesem Sinne, alles, alles Gute, einen wunderschönen Frühlingsmonat Mai und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.